Ich habe neulich die Idee gehabt, ich hole euch mal ein bisschen näher ran, Leute, und zwar neulich hatte ich einfach so aus dem Nichts die Idee, wie wäre es eigentlich mal, wenn ich so alte Facebook-Posts von mir im Stream durchgehe, weil man ist ja als Streamer immer so ein bisschen auf der Suche oder so überlegt, was könnte so unterhaltsam sein, gerade für so Just-Chatting-Streams und so. Na klar, man kann immer Reactions machen oder man kann was spielen und so, aber ich habe so eine Liste, so eine Notizen-App und da habe ich so eine Liste von Sachen, die ich mir immer aufschreibe, wenn ich so eine Idee habe und denke mir, das könnte lustig sein für den Stream. Die Liste ist übelst lang und am Ende des Tages mache ich davon ein Viertel. Aber ich erzähle das deswegen, weil das ist wirklich was Besonderes, ich hatte wirklich gestern die Idee und wir machen diesen Stream heute, das heißt, ich habe da richtig Bock drauf. Und es ist eine einfache Idee, aber ich habe das Gefühl, das könnte euch gefallen, denn ihr müsst wissen, ich war sehr aktiv auf Facebook früher. Und das wird jetzt auch, glaube ich, ein bisschen wie so eine Art Moin Moin. Moin 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 Moin. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach ungeschnitten auf YouTube kommt und für euch, dass sie euch live nicht wundern. ich werde natürlich ein bisschen interagieren, aber ich mag auch dieses Feeling manchmal bei Just Chatting so ein bisschen wie die guten alten Moin Moins bei Rocket Beans zu machen ich sitze hier und erzähle eine Scheiße und zeige euch was also lehnt euch zurück und hoffentlich habt ihr Spaß dran also kurz zur Einordnung ich war früher, wie gesagt, sehr sehr ach so, ja ein Abo dalassen, sagt hier der Molle im Chat der kriegt jetzt erstmal direkt ein geiler User im Chat Shoutout stimmt, ein Abo dalassen wäre cool, danke viel zu spät gesagt, Leute Scheiße, ich muss besserer YouTuber werden ich bin ein schlechter YouTuber, obwohl der Kanal ist gut, ne ich bin eigentlich ein guter YouTuber, aber ich könnte noch besser werden ich könnte noch besser werden, sag ich ganz ehrlich ich könnte noch besser werden ich hab immer noch einen steifen Hals steifen Schwanz, steifen Hals, weiß ich nicht abends steifer Schwanz, morgens steifer Hals Scheiße, das ist mein Leben zur Zeit nee, anders so morgens steifer Schwanz, abends steifer Hals ach, was weiß ich, man, jetzt schon demonetarisiert, das fängt ja wieder geil an hier das fängt ja wieder geil an wir fangen jetzt aber nicht neu an ich glaube sogar, das geht egal, Leute, also Moin Moin, Moin 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 herzlich willkommen, jetzt wisst ihr schon, was hier abgeht wir gucken uns gleich jetzt alte Facebook-Posts an also ich hab mich eingeloggt erstmal das Einloggen bei Facebook das war so ein so ein Act ich hab wie gesagt früher sehr viel Facebook genutzt ich bin so ein richtiger Facebook-Native das Ding ist ja, da sind jetzt nur noch so Boomer und so das sind jetzt wirklich, also das ist ja glaube ich absoluter das ist einfach nur ein ganz weirder ganz weirde Plattform wo man nicht so ganz genau weiß, was geht denn da ab da werden dann irgendwie so WhatsApp-Gruppen Bilder von eurer Tante und so gepostet in so komischen Gruppen und so, das ist ja alles, da wissen wir alle die ganzen Jokes aber vor 10 Jahren war halt Facebook zumindest für mich schon echt eine geile ein geiles Ding also ich war da sehr viel Kontakt in Kontakt mit engeren Freunden also meinen wirklich echten Freunden im Leben so, ne also mit so einem haben eben den Messenger wo es noch nicht dieser abgefuckte Messenger war wo man extra noch eine neue App dafür gebraucht hat und so sondern einfach ein bisschen auch unten so Chat mit diesem Geräusch was er dann auch irgendwann geändert hat haben was dann beschissen wurde einfach dieses dann hat man ich hatte unten immer den ganzen Tag so drei, vier Chats offen Tabs von so Leuten, die ich mag mit denen ich dann immer die ganze Zeit irgendwie so während der Arbeit irgendwie so ein paar Memes geschickt hab und so was man halt mittlerweile so eher auf Instagram macht ja und dann hatte man ja auch ganz früh die Pinnwand ja da hatte man dann immer ich hab dann gerne auch so Joke-Posts auf den Pinnwänden gemacht von Freunden weil ich wusste das taucht bei den Leuten in diesem in dieser Timeline quasi auf und generell war das echt mal ein cooles Ding fand ich und ich war ja da sowieso auch aktiv so beruflich im weitesten Sinne weil ich hatte und ich weiß nicht ob ihr das wusstet ich hatte ja die Seite Fußballer die den Swag aufdrehen und die hab ich halt auch echt gerne betreut und da gerne Energie und Zeit reingesteckt und Gags geschrieben und so so und das war alles so die Zeit 2011 bis zu 2014 15 16 sag ich mal und ich hab in der Zeit aber auch gerne irgendwann angefangen ich hab anders ich hab angefangen irgendwann gemerkt hey das macht mir Spaß so so Jokes da so zu posten weißt du also ich hab dann irgendwann da ganz da hab ich es also Leute die meinen Podcast hören ich hab das da schon öfter erzählt auch mal eine ganze Folge eine frühe Folge glaube ich auch so ein bisschen ausführlicher erzählt wie ich da generell ja in diesen ganzen Job gekommen bin und so das fing ja alles bei mir an eher durch so Autorenjobs so Gag schreiben und so und ich hab tatsächlich Facebook da so ein bisschen Blut geleckt das war mein erstes Ding wo ich und das war auch bevor ich Stand-up gemacht hab und so ich hab irgendwann gemerkt hey da kann man ja so wenn man so Jokes postet oder so so ein bisschen so Sachen teilt mit einem funny also Bilder und dann so eine funny line dann hab ich gemerkt das gefällt mir ganz gut wenn das so Leute liken ne so und so da hatte ich ja irgendwann irgendwie in meiner Hochphase dann auch mal so 50, 60 Likes auf so meine Posts bei bei Facebook aber fand ich schon cool ja so und ich erzähle das deswegen alles in dieser sehr langen Einleitung weil ich hab euch jetzt welche rausgesucht aber und da bin ich mal gespannt wie euch das so gefällt weil ich würde das dann gerne vielleicht ein zweites Mal machen weil da ist schon so viel Material dass ich weiß ich könnte das auf jeden Fall nochmal machen wir machen heute tatsächlich nur die Jahre 2011 bis 2014 ich hoffe ich hab jetzt mit dieser sehr langen Einleitung jetzt nicht die Erwartungshaltung zu hoch geschraubt aber ich ich dachte es vielleicht mal ganz cool das einmal so ein bisschen runterzubrechen warum ich das hier mache und ich will halt so ein bisschen so während während ich das mache so ein bisschen auch erzählen was da so los war und sowas falls es euch interessiert ich fang wir fangen mal leicht an in der Berliner Ostkurve steht der Vereinsname riesengroß und überfasst die komplette Bande laufend in Comic Sans ich denke das ist wohl das einzige Mal dass diese hässlichste aller Schriftdaten passend verwendet wurde und es stimmt an alle Hertha-Fans erstmal sorry aber es stimmt das ist glaube ich nicht mehr so aber es ist wirklich in Comic Sans das weiß ich noch ich war im Stadion 2011 und dann habe ich das wirklich gesehen da steht da ein riesengroß Ostkurve aber wirklich in Comic Sans und damals fand ich jetzt sowas witzig ich hoffe ich werde dafür nach dem Neid nicht gebürnt liebe Hertha-Fans ihr seid cool hahohe hahohe Hertha BSC aber wir rudern auch nicht zurück der Gag ist gut so wir machen mal weiter das fand ich einfach nur cute was also das ist jetzt kein Joke einfach nur cute hat jemand eine Ahnung wo man heute Abend in Berlin Barza äh Bartha Real schauen kann das kommt ja nicht auf Sky oder Premiere oder das habe ich jetzt das ist kein Joke das finde ich nur irgendwie cute weil das war eine Zeit Leute wo ich sowas wirklich gepostet habe und überhaupt dass es Premiere noch gab versteht ihr was ich meine das ist so old das ist so old school Premiere wer weiß noch was Premiere ist I don't know ist vielleicht ein bisschen lame dass er zwischen den Jokes ist drin aber irgendwie fand ich den cute das hier fand ich äh erwähnenswert weil Achtung wo ist der Joke wo ist der Joke fand ich ganz fand ich ganz clever von mir muss ich ganz ehrlich sagen guck mal hier habe ich Dezember 8 1996 habe ich habe ich an dem Tag nämlich gemerkt du kannst für die Posts du kannst was posten und im Nachhinein das Datum ändern und ich fand das mega clever so ein Bild von also quasi hier diese diese old school Doom 1 Nummer zu posten und dann oben zu ändern in 1996 hatte übrigens drei Likes hatte drei Likes hat keinen interessiert aber ich persönlich fand es witzig und clever okay wir machen mal weiter so äh wo ist denn hier das Ding der hier guck mal das ist ein Qualitätsdruck da will ich mal wissen ob ich das witzig finde come on den kann man doch feiern oder nicht bitte leise burpeln und Handy aus ich ich es ist jetzt nicht so mega gut aber komm das ist eine gute das ist eine gute Text Bildtextschere finde ich okay weiter geht's das fand ich noch gut hier okay das lese ich jetzt vor das da habe ich zum ersten Mal guck mal Dezember 22 auch wichtig ich lese gleich vor noch nicht lesen ich habe ich habe gerade so meine Hand drüber gemacht ich habe Leute wie lang stream ich schon ich habe wirklich gerade so meine Hand über den Text gemacht weil ich damit ihr es nicht seht ganz kurz ich betone achtet auch immer ein bisschen auf das Datum ist ja auch interessant das ist zum Beispiel was ich jetzt vor dieses Dezember der 22. Dezember 2012 das ist safe wahrscheinlich war ich da auf der Fahrt nach Tübingen in die Heimat wisst ihr früher habe ich das halt noch voll gerne gemacht irgendwann macht man das nicht mehr so gerne ich weiß nicht ob ihr das fühlt aber so da war ich ja wie alt war ich in 2012 unter 30 noch oh Gott ich bin so alt und da bin ich halt voll gerne nach Tübingen gegangen gab es noch die ganzen Klubs und so von früher da hat man auch die alten Leute noch gesehen und so also ich lese jetzt mal ich lese jetzt mal einfach vor ich weiß eigentlich ich habe das überflogen ich lese das quasi jetzt so quasi zum ersten Mal seit zwölf Jahren oder was auch immer war gerade am Hauptbahnhof in diesem Café im Foodcourt und wollte einen Tee bestellen die haben da eine große Karte an der Wand auf der ein paar Tees stehen von denen ich aber keinen geil fand dann habe ich die Bedienung gefragt ob sie denn vielleicht doch noch andere Tees da haben da fängt sie an mir die Teesorten von der großen Karte die genau hinter ihr an der Wand hängt vorzulesen ich unterbreche sie und sage ihr dass mir klar ist was die da haben und dass ich wissen will ob es trotzdem noch andere Sorten gibt sie also wir haben in Klammern fängt wieder an die Liste vorzulesen ich leicht gestresst ich sehe die Karte die hängt doch da ich will wissen dann kommt eine andere Bedienung dazu und fragt ob es ein Problem gibt Bedienung 1 der Kunde möchte wissen was wir für Tee haben Bedienung 2 also wir haben bla 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 liest die Karte wieder vor die ich jetzt übrigens auswendig kann ich ich wollte eigentlich wissen ob ach egal ich sitze jetzt bei McDonald's ich weiß nicht ich glaube das ist ich bin mir ziemlich sicher dass das genau so passiert okay erstmal Rechtschreibung war damals mir noch nicht so wichtig anscheinend vor allem McDonald's das D klein keine Ahnung was ist das wie habe ich denn das geschrieben okay da bitte nicht bitte seid seid gnädig aber die Story ist gut ich glaube das war auch wirklich so aber das ist so Larry David Scheiß man das sind eigentlich so Storys das liebe ich eigentlich so ich weiß auch nicht das ist irgendwie scheiße aber ich weiß mittlerweile wenn mir sowas passiert ich kann daraus Content machen oder Comedy oder halt im Podcast erzählen und ich glaube ich fing damals schon an durch solche Storys einfach so ein bisschen zu merken wenn ich das so ein bisschen teile und die Leute reagieren drauf weil nochmal ich will jetzt nicht zu deep oder also bedeutungsschwanger sein aber das war wirklich die Zeit in der ich angefangen habe zum ersten Mal Stand-Up Auftritte zu machen und deswegen ist glaube ich auch vielleicht alles ein bisschen scheiße geschrieben und so weil ich das wirklich nur so runtergetextet habe und ich dachte das sind nur so Freunde von mir und nicht irgendwie das ist ja kein Tweet und ich habe damals glaube ich an den Reaktionen auf solche Storys schon gemerkt dass Leute sagen ey das ist eine gute Beobachtung oder das ist ein gutes Bit oder so und dann angefangen das immer öfter zu machen das meine ich damit hier solche Posts waren auch gut finde ich die habe ich immer gut gemacht hier falls sich jemand in Berlin fragt wo das ganze Streugut ist es ist hier das ist das kann ich ja jetzt alles erzählen weil ich wohne da nicht mehr das ist mein alter Kaisers gewesen ist auch richtig richtiger Throwback ey mal eins in Jet wer sich noch an Kaisers erinnert das die Kette gibt es gar nicht mehr wurde natürlich auch von diesen ganzen großen Dingern da aufgekauft ist jetzt übrigens ein Rewe das hier ist die Pappelallee und ihr wisst ja mittlerweile dass ich in der Lüchener Straße gewohnt habe das war mein Kaisers das ist mittlerweile alles umgebaut da ist mittlerweile hier links quasi weiter ist ein Parkplatz gewesen und das war der Parkplatz immer wo ich meine Drive Nows geparkt habe bis dann irgendwann Drive Nows heißt ja mittlerweile Schernau glaube ich irgendwann auch gecheckt haben dass viele Leute so innerstädtische Parkplätze nutzen um die um die Dinger weißt du was ich meine die sind mittlerweile haben die immer so Kontrolleure auf diesen Dinger aber da Fun Fact jetzt kann ich es ja sagen quasi ich glaube man kann mich jetzt nicht verhaften dafür ich habe dann auch irgendwann angefangen Strafzettel zu bekommen aber hier war ein Parkplatz und da ist mittlerweile eins der hässlichsten Gebäude in Berlin sollen wir mal kurz gucken warte mal vielleicht ist das doch tatsächlich ganz interessant ehrlich gesagt kurz mal mit Google Maps dahin ganz normal Zeit und dann können wir doch Street View machen oder so hier ist das und wir machen doch nochmal Street View mit diesem Männchen da drauf so ich zeige euch mal wie krass anders das jetzt aussieht äh und zwar dieses das wohl meiner Meinung nach hässlichste Gebäude aller Zeiten haben sie dahin gepflanzt das sieht aus wie ein fucking beschissenes Kreuzfahrtschiff das ist eine absolute Frechheit dieses Gebäudes sorry ey guckt mal bitte was daneben ist guckt euch bitte mal das Gebäude daneben an ein wunderschönes Altbau äh Haus aus dem aus dem Berliner Osten richtig nice hier weißt du mit Stuck außen dran und so und jetzt guck mal hier äh wo ist denn mein jetzt wo finde ich denn jetzt meine Dinger da äh achso ich muss eins zurückgehen hier da war einfach ein Kaisers und hier sieht man jetzt ja natürlich nicht müsst ihr euch vorstellen hier wo ich die mit der Maus habe ist einfach Brachland also nur ein Parkplatz jetzt haben sie alles weggemacht und jetzt haben wir da halt jetzt sieht das hier so aus ach guck mal die Bushaltestelle kann man sogar sehen warte wir können ja quasi ey geil wir können ja wie geil ist das denn wir können ja genau hier hingehen an die Stelle guck mal ich geh ich mach's guck mal ich will's mein innerer Monk muss das jetzt genau haben guck mal das ist quasi ey das ist aber ganz cool oder so und jetzt äh runter so hm weißt du auch nicht find ich irgendwie nice gerade guck mal ist warte mal sind die Stühle genau gleich ja guck mal das hab ich geil alles was find ich irgendwie da werd ich nostalgisch guck mal diese kleinen Stühle die waren schon da vor 10 Jahren oder was naja anyway dieses Haus ich hoffe da sind wir uns einig das ist wirklich das ist so der Horror alter ich find das so schlimm so ein Ungetüm einfach haben sie da reingeballert boah ey das war auf jeden Fall also kurzer Rant diesbezüglich okay ich habe gerade meine Couch verrückt nur um an das letzte M&M zu kommen das mir aus der Packung gefallen ist Würde sieht anders aus und ich weiß das noch das ist wahr das ist wahr das habe ich gemacht und das fiel mir dann auf und dann habe ich das gepostet wieso ist das bodenlos hä das ist doch völlig in Ordnung 5 Minuten Regel oder nee warte was war das 5 Sekunden Regel 5 Minuten wäre ein bisschen viel oder 5 Sekunden Regel glaube ich weiter geht's fand ich ganz gut eigentlich das fand ich irgendwie witzig mit dem mit dem bin voller Schocken ich weiß nicht ob das andere Leute witzig finden aber ich finde das funny weil das ist guck mal hier ich bin ich habe mich da eingetagt Gesundbrunnen Center Berlin und ich weiß noch genau ich fand das so funny dass die da so wirklich so einen Pappaufsteller in Lebensgröße hingestellt haben von Captain Igloo dass ich mich wirklich errocken weil ich dachte da steht der echt da ich dachte da steht einfach Captain Igloo der ist jetzt heute da für so Promotional Zweck und bietet mir hier schon die Fischdinger an weiter geht's hier im Kaisers ah ja damals gleicher Kaisers im Kaisers in der Pappelaleder Spallermann Hits und die Mitarbeiter müssen mit Partyhüten rumlaufen ich glaube die haben auch so richtig Bock auf das Beste guck mal hier 31. September 2013 da war ich bei dem Kaisers und die mussten die haben so richtig die haben auch so richtig Bock auf Silvester die mussten nämlich wirklich das weiß ich noch die mussten da immer so immer wenn irgendwie Karneval nee Karneval fing erst in Berlin ein bisschen später an dass man das hier auch so ein bisschen mitgemacht hat aber die mussten immer zu Halloween und zu Silvester mussten die immer diese Scheiße mit diesen Partyhüten und dann so Dieb Dieb und du hast voll gemerkt die haben gar keinen Bock da drauf oder und dann zu Halloween haben sie immer diese komischen Skelette irgendwo aufgehängt und so das war einfach so völlig dumm und es wurden dann war halt auf Kürbisse war dann irgendwie so ein Scheiß also verstehe ich nicht es war vielleicht nicht mein stolzester Moment als ich gerade die Chipsreste aus der Chipstüte getrunken hab das haben wir alle schon mal gemacht oder das haben wir alle schon mal gemacht das mach ich auch heute noch ehrlich gesagt diese letzten diese letzten kleinen Bissen da drin obwohl ich es auch ganz geil finde mit dem Finger so rein und dann hast du kannst du den ablecken hast du auch so das sieht jetzt ein bisschen komisch aus ich gerade mach aber das ist auch geil wenn man die so richtig geil die letzten weil wir nur mit trinken da passiert es ja gerne immer dass es dann doch aufs Gesicht geht irgendwie so ein bisschen weißt du das kann man kann man dadurch vermeiden ich weiß es hat jetzt gerade alles ein bisschen wie so ein Sex-Joke gewirkt aber ich meinte das eigentlich nicht 21. Dezember in Berlin kreative Designer Fotografen Barista pro Einwohner in Berlin am 23. Dezember 78% am 24. Dezember 2% ihr merkt schon ich hab sehr viel mich beschäftigt mit diesem dass Berlin irgendwie so eine Touristadt ist und so das fand ich gut die Dame vor mir gönnt sich heute mal was feines zweimal Pizza Burger check fünfmal Reis Hacktopf check bei Real Real Life das hab ich auch gerne gemacht zu der Zeit mit diesen mit diesen mit diesen Checkmarks die Dame vor mir gönnt sich heute mal was feines zweimal Pizza Burger und fünfmal Reis Hacktopf und auch auch die Details sind wichtig ist at Gesundbrunnen Center in Berlin ich weiß nicht ob ihr den Gesundbrunnen das Gesundbrunnen Center kennt aber das ist so ein bisschen also das hat sich jetzt gemacht ist ein anderer Vibe jetzt aber das war so also 2013 war das schon so ziemlich war ein ziemlich interessanter Laden auf jeden Fall die hatten das weiß ich noch die hatten einen Automaten das glaubt mir ja keiner die hatten einen Automaten in dem Real im Gesundbrunnen Center das war ein Bierautomat und das war ihr müsst euch vorstellen so ein Getränkeautomat wo man so an der Seite so ein 90er Style einfach so diese großen Knöpfe hat wo man drauf drückt wo normalerweise halt Cola, Fanta was auch immer drauf steht also nicht diese neuen modischen Dinger wo man halt irgendwie so eine Zahl eingibt und dann kommt da so nicht die Scheiße sondern wirklich so ein guter Alter du drückst da drauf so einen Riesenknopf und dann hörst du nur so dann kommt unten was raus und dieser Bierautomat Leute ich schwöre euch das der war sogar ich hab bestimmt irgendwo auch noch ein Foto davon das war halt quasi ein Getränkeautomat nur für Bierflaschen und es gab nur eine Marke und es stand nicht mal drauf die Marke glaube ich ich glaube Berliner Kindle und es stand einfach nur auf jedem Knopf von oben bis unten einfach nur in der gleichen Schrift und genau gleich Bier einfach so in einfach so in Areal in Fett Bier 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 Ja ich hör kein Bier im Bierautomat na klar hier zwei Euro rein Bier dann kommt Bier raus mehr brauch ich doch nicht reicht doch ja ist doch geil eigentlich die Pommes aus der Pommesbude sind sogar aus Gemüse sehr gesund ja ey übrigens ich hab ganz kurz einen kleinen Take kurz off topic ich hab ich hab ne Vermutung Leute ich bin da was heißen ich bin da was heißen auf der Spur glaube ich und damit auf der Spur meine ich ich hab mir ne Idee gehabt und die erzähl ich euch jetzt im Stream mehr ist nicht passiert aber Thema Gemüse Döner heute heute traf es mich wie wie nennt man wie der Blitz oder es fiel mir wie Schuppen von den Augen ich glaube Gemüse Döner ist ein Scam denk 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 mal nach ich glaube die haben irgendwann ich glaube Mustafa hat das ja groß gemacht ne ich glaube da kam einfach irgendeiner auf die Idee und hat sich so gedacht warte mal wie können wir eigentlich Fleisch sparen Fleisch ist teuer so für uns im Einkauf und Gemüse ist ja billiger was wenn wir das einfach mischen und halt relativ viel Gemüse reinmachen und sagen halt irgendwie ja das ist irgendwie auch so ein bisschen gebraten worden oder so Gemüse ist ja gesund so dass wir quasi die die Fleischmenge die gefühlte Fleischmenge deutlich erhöhen aber keiner checkt und on top denken die Leute haha ist ja gesund das ist wir wissen alle das was in Gemüse Dönern ist das wissen wir bitte hoffentlich alle das ist kein Gemüse was ist das was ist das das sind immer irgendwie so ein bisschen so eine verweichlichte Zucchini dann so ein Stück ich weiß gar nicht mal was das ist und das ist auch so völlig das chillt den ganzen Tag in diesem Fett ja auf diese komischen Platte wo die das so mal zusammen dingsen mit dem Fleisch so und natürlich schmeckten Gemüse Döner auch gut und natürlich ist dieser Muster Gemüse Kebab ist ja auch ein alter Hut dass das so überbewertet ist und das bessere gibt ja aber ich glaube wirklich I don't know ich hab irgendwie das Gefühl ich bin da was dran wir gucken mal ich werd das nicht weiterverfolgen das war's einfach ich hab's jetzt hier erzählt und das war's das fand ich auch lustig jetzt erstmal gleich ein besinnliches Brot mit Weihnachtskäse das hab ich auch immer gern gemacht so offensichtlich dumme Produkte outcallen und ich denke was ist das für eine Scheiße Gouda Mild und dann hier steht hier so in so hässlichen Buchstaben frohes Fest und die haben einfach dann Käse als Weihnachtsbaum gemacht also was soll denn das ich hab immer gerne sowas outgecalled so das ist so die die billigste und faulste Art von Marketing aber wir müssen ah Hilde wir müssen auch was machen hier Weihnachten mäßig so wir machen doch Käse Leute kaufen immer Käse ja aber die anderen machen das auch wir brauchen unbedingt irgendein Käse Ding sorry erst jetzt jetzt erst aber das fand ich gut jetzt erstmal aber ich muss echt also hier denke ich mir schon so die Großkleinschreibung Donnie die hast du ja echt nicht eins genommen das geht mir ein bisschen auf den Sack Vergangenheits Donnie schlage ich auf die Finger hier das kann man gut in den Baum hängen ja tatsächlich schauen wir mal weiter ich treff den Knopf hier gerade nicht ah man jetzt bin ich eins weiter glaube ich zu viel ne okay jo hier ist ein längerer Text ich glaube wie gesagt ich hab den noch nicht gelesen ich lese den jetzt hier vor ich bin mir ziemlich sicher ich hab den noch nicht gelesen Anna okay Storytimer wie es aussieht warte mal hier ein bisschen zur Seite damit ihr das alles lesen könnt aber heute versucht die GEMA anzurufen um eine um eine einzige Frage beantwortet zu bekommen hier die Highlights Gedächtnisprotokoll 9.30 Uhr geht keiner ran circa 9.45 Uhr ne da sind sie ja falsch da müssen sie mit der Generaldirektion sprechen ich verbinde ich werde verbunden geht keiner ran 9 Uhr auf 47 ja sie sind der den ich eben verbunden habe war ja da müssen sie später anrufen die Kollegen sind gerade im Morgenmeeting 11 Uhr andere Nummer probiert aus Versehen die Faxnummer angerufen 12 Uhr ich verbinde sie ich verbinde sie zur Generaldirektion 12 Uhr 2 ach sie sind der von heute Morgen ja jetzt ist Mittag da müssen sie also nochmal später anrufen okay und wann ist denn bei ihnen Feierabend na die Kollegen haben Gleitzeit das variiert das ist doch herrlich Leute da muss ich doch nicht groß kommentieren das ist doch wirklich herrlich das ist auch finde ich gut geschrieben das ist das bringt so diesen Charme also ich finde man merkt ja auch ich finde das ja selber lustig so das ist ja irgendwie ein bisschen charmant aber irgendwie war ich war ich auch genervt weiß ich noch auch dieses ich fand den den Schritt hier ganz gut es war ja noch 9.47 die sind im Morgenmeeting dann so Punkt Punkt 11 Uhr ich habe denen genug Zeit gegeben okay wir machen mal weiter der Moment in dem du merkst dass du bei dem Adventskalender den du für eine große Firma gestaltet das ein Türchen vergessen da habe ich wirklich kein Joke deswegen rausgesucht weil das ist wahr ist ein true story Leute ist true story ich war ja früher Grafikdesigner und ich kann jetzt auch sagen für wen das war die lachen ja mittlerweile wir lachen da haben da alle drüber gelacht schon ein paar Monate später Comedy Central ich habe für Comedy Central so ein ja hat einen Adventskalender gemacht das ist übrigens by the way alle Grafikdesigner und Grafikdesignerinnen werden das krass fühlen was ich sage für uns ich sage jetzt einfach mal uns ich mache es zwar nicht mehr aktiv aber ich habe es jahrelang gemacht für uns ist der Oktober der beschissenste Monat weil ratet mal was im Oktober reinkommt meistens so Ende Oktober Anfang äh na wenn wir spätestens die Aufträge für die Weihnachtskarten das ist immer der beschissenste Job jede Firma in Deutschland überall auf der Welt glaube ich sogar hat aber immer will immer muss immer eine Weihnachtskarte machen und ey ich musste das zehn Jahre lang machen immer eine Ausbildung drei Jahre dann danach als Grafikdesigner für als Auftragsarbeiten und irgendwann sitzt du halt echt da und denkst dir so okay was machen wir dieses Jahr nehmen wir mal die die Weihnachtskugeln da hatte ich schon letztes Jahr äh ein Weihnachtsbaum ja irgendwas mit grün und rot vielleicht Schnee ein Schneemann eine Karotte irgendwie keine Ahnung äh ja vielleicht noch ja der Weihnachtsmann aber der ist ja auch wenn wir da ein Foto nehmen eine Illustration ja es ist einfach Käse genau es ist immer dasselbe Weihnachten ist auch immer dasselbe und du musst auch immer hässliche Schriftarten nehmen du kannst halt keine coole du kannst keine coole Grafikdesign das kannst du natürlich schon machen gibt es safe auch aber die meisten Kunden oder Firmen wollen das nicht die wollen halt eine so weißt du so ein F was so geschwungen ist frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr es ist das was sie erwarten äh und weil die das an Kunden und keine Ahnung Leute rausschicken so an Partner und dann sitzt du halt als Grafiker da und du hast einfach du weißt du hast jetzt vier Wochen diese Scheiße vor dir und du weißt du wirst ein Meeting nach dem anderen haben bei dem du wirklich ernsthaft mit deinem Chef oder deiner Chefin oder anderen Leuten aus der Marketingabteilung über diese beschissene Weihnachtskarte reden musst und das geht dir da rein und da raus du hast gar keine Lust drauf das zu gestalten ja also von daher das mal nur so aus dem Nähkästchen was so generell Grafikdesign für so Weihnachtssachen geht und zu diesem Tweet oder zu diesem Facebook Post das kann ich jetzt auf jeden Fall erzählen da habe ich für Comedy Central eine Auftragsarbeit gemacht und die mussten halt auch so eine Firmeninterne ja so einen Adventskalender machen und das war aber ein cooler Job weil Comedy Central hat ja eh ein ganz nice CI also Copyed Identity die haben eh so da ist halt so irgendwie Cartman dabei Spongebob war Nickelodeon aber ihr wisst mal also diese ganzen Sendungen von denen du hast dann so Press Kits und kannst das ja alles nehmen du hast ja die ganzen Rechte du musst dann quasi einfach nur das ganze Design fast eh vorhanden ist von Comedy Central so zusammenkloppen und dann halt diese 24 Türchen machen so und ich wusste noch genau einen Adventskalender ich habe den Auftrag natürlich angenommen gesagt kriege ich easy hin alles gut ich so zu Hause rumgesessen wie immer Illustrator offen ein bisschen hier Drum Bass gehört easy peasy Auftrag machen wir doch ich mache für die schon länger Aufträge Adventskalender geil endlich mal keine Weihnachtskarte ja und ich sage euch eins Leute habt ihr schon mal wirklich drüber nachgedacht oder euch mal wirklich intensiv mit einem Adventskalender beschäftigt das Ding ist ja die sind alle so aufgebaut dass es ja nicht eins zwei drei vier fünf sechs sind sondern immer sind die Türchen ja so versteckt das ist ja ein bisschen das Game das ist die Spannung ja und ich mit meinem absoluten ADHS Brain erstmal habe ich es verkackt und denen wirklich der erste Entwurf war einfach so Türchen eins und dann zwei drei vier fünf bis 24 war so wo ist das Problem und dann habe ich schnell gemerkt oh scheiße ich glaube ich ich habe hätte mal ich glaube die haben gemerkt ich habe überhaupt keine Recherche gemacht dann habe ich das natürlich verkauft als bewusste Designentscheidung ja ich ich dachte ich wollte es mal anders machen weißt du ich dachte wir machen das wir brechen mal so ein bisschen wie outside the box thinking wisst ihr alle machen das so und also ich habe es ja immer da geschafft in mich irgendwie auszureden mit irgendeinem Bullshit das konnte ich immer gut sag ich mal gut dass ich das jetzt beruflich mache und nicht andere Sachen und dann habe ich dann irgendwie habe ich mich da nochmal eingesetzt und dann musste ich ja quasi diese Türchen so anordnen so random und lange Rede kurzer Sinn das ist alles das ist einfach das was passiert ist ich habe wirklich einfach eins vergessen und ich habe das abgegeben als fertige Druckdatei das musste dann alles zurückgedingst werden wir mussten das irgendwie neu machen und so und das war natürlich als Freelance Mensch voll scheiße wenn das wirklich in Produktion gegangen wäre Leute ich hätte dann auch richtig Ärger bekommen aber ich habe wirklich einfach ein Türchen gab es nicht ich merke halt es gibt so viel zu erzählen ich kann eigentlich zu jedem Ding nochmal irgendwie lauter Storys erzählen so machen wir weiter hoffentlich jetzt mal ein Joke wieder ich weiß gar nicht was dieser Volksentscheid hier in Berlin soll der Strom kommt doch einfach aus der Steckdose okay fand ich gut wollte ich mit reinnehmen ist halt natürlich sehr tages zwar sehr tagesrelevant zu der Zeit da war halt so ein Volksentscheid wegen so irgendwas mit Strom halt offensichtlicherweise Hacky Joke nee finde ich nicht ich fand den lustig ich fand es einfach so dumm dass ich den dann wieder gut fand hier das ist auch fand ich eigentlich auch ein ganz guter ganz guter Post so ein Anführungszeichen hahaha lasst uns einfach mal so eine Million verschiedene Arten herstellen Roffe vielleicht hätte ich heutzutage würde ich dazu einfach glaube ich davor noch so ein Staubsaugerbeutel film Doppelpunkt oder so und ganz neue junge Leute würden natürlich was würden sie schreiben natürlich POV du bist Staubsaugerbeutel hersteller und dann würden sie das POV durchstreichen weil es ist ja kein POV aber dann meistens ist es dann doch POV und die raffen es einfach nicht ich habe aufgegeben den Kampf diesen POV meine POV Bekehrungsmission habe ich aufgegeben aber da war es keine Chance die Leute sind die raffen es nicht das ist so dumm den fand ich ganz cute von Zerberg Deutsche Kita ist doch ein solides Wortspiel Martin Pimmelrock Hashtag Hashtag Pommy Big Brother das ist ey Leute ganz ehrlich manchmal muss man auch diese Jokes machen fuck it manchmal muss man ganz tief in die Schublade greifen und sagen fuck it es ist so dumm und so platt dass es schon wieder geil ist Martin Pimmelrock ich glaube irgendwie war das nicht sogar so dass ich glaube das war dass Martin Semmelrock ist halt in diesem Pool oder was da ist dieses komische Teich Waldschwimmen und ich glaube man hat seinen Pimmel gesehen oder so deswegen habe ich den Martin Pimmelrock Hashtag Pommy Big Brother oder Big Brother halt naja so dumm und Gomorra nicht schlecht das hier Leute ist ein echtes Foto habe ich gemacht und da bin ich stolz auf das ist eine super Caption Furza Italia dieses Foto habe ich gemacht weiß noch ganz genau da kam ich von einer Feier und ich saß wie es ist eine Afterhour es war schon voll hell draußen es war so 11 Uhr oder so und das ist unten an der Tramhaltestelle Frankfurter Allee ich habe diesen Typen gesehen der genau so da stand während ich auf die Tram gewartet habe habe halt schnell ein Foto gemacht bin ich nicht stolz drauf sollte man eigentlich nicht machen aber ich finde man sieht sein Kopf ja nicht und so Gesicht und so aber diese Caption ist schon nice Furza Italia Afterhour ja nicht schlecht nicht schlecht stimmt der wäre auch nicht schlecht gewesen ich komme gerade von der Afterhour ja die Aussage das fand ich auch gut das ist auch eher so cute ein bisschen wie dieses GEMA Ding Freibad Humboldthain ständig laute Durchsagen des Bademeisters über die Boxen in starken Berliner Akzent mein Favorit bisher das hier ist ein Schwimmbad und keine Wäscherei bitte waschen sie ihre Sachen zu Hause das ist so geil das ist nämlich also Freibad Humboldthain ist im Wedding und da ist im Sommer einfach immer übelst Chaos und da ist da ist es einfach ein absoluter Schmelztiegel und ja das ist halt wirklich so dass da dass da gerne mal so Hausmütterchen da immer so am am Beckenrand tatsächlich ihre Sachen waschen aber ich finde einfach dieser Kontrast so geil und dann so ein so ein Ur-Berliner Bademeister also das ist ein Schwimmbad in Kine Wäscherei bitte waschen sie ihre Sachen zu Hose nicht gut Klassiker dachte ich der muss hier mit rein Leute mein Dunny Boy und Money Boy ja guckt euch das mal an diesen jungen diesen jungen Kerl auf einer Party in Kreuzberg auf dem auf weiß noch genau das war auf so einem so ein Dachgeschoss oder sowas und ich hab ich hab den Boy getroffen bin ja großer Money Boy Fan bis heute ich liebe auch sein sein Trap House Kitchen und generell seine Postings ich hab auch ein bisschen das Gefühl dass viele Leute seinen Humor einfach nicht raffen also die ersten die immer bei Money Boy irgendwie sagen der ist doch irgendwie dumm und so oder spielt nur eine Rolle oder so die raffen es nicht eins in Chat wer im Beesie versteht das ist einfach das muss man einfach den Vibe muss man checken der ist der ist mega funny der Typ und ich find's so geil wie sich's entwickelt hat dass der mittlerweile ja tatsächlich einfach richtig viel Kohle macht mit seinem Scheiß und ich glaub jahrelang halt immer eher so ein bisschen das so ironisch gemacht hat und so und der ist groß ja ich bin nur 1,80 oder so der ist wirklich richtig groß der ist 2 Meter oder so der ist ja auch hat ja wirklich auch mal ganz gut Basketball gespielt und so Idee für ey der ist gut Leute guckt euch das mal an da hab ich selber ein bisschen länger gebraucht im Nachhinein Idee für einen Bandnamen für Emus Sum Emus da kann man auch so geiles Merch machen mit den Logos das so umdrehen Sum Emus und die sind ja dann auch Sum Emus so 3,4 Stück seh ich da aber Emus gibt's nicht mehr aber hey ich geb den raus Leute wer den haben will der ist gut der ist gut man sagt der ist gut gearbeitet was ich will uns Autoren sagen oh dann könnte man noch ein bisschen besser ausarbeiten halt's Maul weiter geht's das fand ich einfach funny weil ich das einfach als Screenshot gepostet hab ich weiß nicht muss ich jetzt nicht groß erklären das fand ich einfach sau witzig dass mein ach guck mal das Design anleite wie alt das alles ist ich hab halt nur wirklich noch das iPhone weiß ich nicht was hat denn man da für ein iPhone iPhone 2 oder 3 aber fand ich irgendwie nice dass das die Autokorrektur ist von meinem großen von dem großen hahaha ähm so das ist geil das fand ich richtig witzig ich hab so ein Pflanzenkasten Dings bei mir am Fenster und da sind ungefähr 1000 Kippenstummel drin und da wächst jetzt ne Pflanze raus ich glaub das ist Tabak kein Scheiß sieht voll so aus hab's gegoogelt ein Scheiß sieht voll so aus hab's gegoogelt und jetzt denkt ihr vielleicht ist das ein Joke das weiß ich noch ganz genau das ist kein Joke ich bin so impulsiv ich hab das da auch die Rechtschreibung ich hab das einfach so in die Tasten geballert weil ich so aufgeregt war weil ich wirklich dachte aus meinen Kippen am Fenster wächst ne Tabakpflanze ich schwär's euch Leute ist es wirklich so ein bisschen Teil von mir wusste das kann's eigentlich nicht sein weil warte mal wo wird Tabak abgebaut und so ist das nicht braucht das Sonne und so ein bestimmtes Klima ich dachte wirklich aus irgendwelchen bestimmten weil keine Ahnung da kam irgendwas zusammen und dann ist da einfach ein bisschen Tabak rausgewachsen aber mir war dann schnell klar nach dem Abschicken ist es vielleicht ein bisschen dumm aber dann ist es halt im Internet deswegen ist es immer gefährlich als impulsiver Mensch im Internet unterwegs zu sein aber ich glaube mittlerweile handle ich es ganz gut Tomako oh ja Tomako was war das nochmal eine Simpsons Folge ne ah Tomako war geil hier das fand ich auch gut hoffentlich macht nie jemand ein Foto von mir wie ich solche Fotos mache guck mal genau hin das T-Shirt von ihm so geil ich liebe mich so ein geiler Typ die beiden waren einfach ein geiles Pärchen Alter ich liebe mich aber ja machen wir mal weiter hier die absolut coolste Art Videos aufzunehmen und überhaupt voll nicht creepy das ich habe ja auch super gerne diesen Perl-Katalog gelesen früher ich habe auch mal so ich habe ja auch so ein Moin Moin mal gemacht äh wo ich den Perl-Katalog durchgegangen bin und so ich finde den so funny diesen das ist so ein weirder weird einfach so ein weirder Kosmos diese ganzen Home-Security-Geschichten da und so wir machen mal weiter äh der ist vielleicht auch nicht so schlecht ich hatte gerade eine Idee für ein Tattoo auf die eine Hand kommen auf die Finger Halt und auf die Finger der anderen Hand Stopp und dann lasse ich mir in so einem Bogen in Frakturschrift jetzt rede ich auf dem Bauchstechen kann ich immer so machen Halt Stopp und dann jetzt rede ich von dem äh Andreas da von Frau äh von Frauentausch das war damals zu der Zeit sehr akut aber die Referenz musste ich gar nicht erklären hat man hat man verstanden ja wäre ein geiles Tattoo vielleicht für 5 Minuten und dann hast du es dein Leben lang und denkst dir so fuck aber ja das fand ich einfach nur weil das wer mich so ein bisschen kennt in meinem Podcast hört und so das ist einfach so das ist so 100% Donnie so das ist nicht mal ein Joke einfach ich reg mich da einfach auf weil guck mal April 14 da fängt so langsam Frühling an so jetzt geht dieser Mauerpark scheiß wieder los ich sag's euch Leute ich war halt schon vor 10 Jahren grumpy old man das hat sich das war immer immer schon so bei mir ich war auch 2002 war ich so ja die Sonne kam raus und die ganzen Idioten mit ihrem Matetier gehen schon wieder einen auf upraven da und Karaoke singen und so ist ein Classic Donnie so stelle ich mir die Galileo Redaktion vor da sitzt ein da sitzt ein Affe vor einer Klettwand der Affe hat einen kleinen Zylinderhut auf und die und eine Klettbanane in der Hand auf der Wand sind 6 große Felder in die Luft sprengen Wasserrutsche Achterbahn Grillcheck Internetvideo Echtheitcheck Riesen Hamburger Döner Pizza irgendwas mit Jumbo irgendwas mit Jumbo also was sind die 6 Kategorien in die Luft sprengen Wasserrutsche eine Achterbahn ein Grillcheck Internetvideo Echtheitcheck was ist das das war damals noch ein Ding Internetvideo Echtheitcheck Hamburger Pizza Döner irgendwas mit Jumbo nice der ist doch ganz gut bisschen kompliziert geschrieben ich hätte es ein bisschen anders gemacht heutzutage aber gut das war das letzte ach tatsächlich ja Leute das waren jetzt mal so ein bisschen meine meine Facebook Jokes keine Ahnung Posts zu denen ich ein bisschen noch so eine Story drum herum erzählen kann wir haben jetzt tatsächlich schon über eine Stunde gemacht das war jetzt wie so ein Moin Moin heute ich hoffe ihr hattet Spaß daran wenn euch das gefällt ich kann das gerne nochmal machen also wie gesagt ich habe noch einiges also wie ich es eingangs gesagt habe ich habe richtig viel Material noch das waren ja jetzt nur die Jahre 2012 bis 2014 ich habe locker noch 2015 und 2016 da ist einiges passiert da habe ich bei Zuckers Halligalli angefangen zu arbeiten da habe ich Stand-up angefangen zu machen da ist glaube ich meine Jokes auch besser man sieht auch hier übrigens hier tatsächlich das finde ich ganz interessant mal ganz kurz hier sieht man auch dass ich hier schon anfange ein bisschen mehr auf die Rechtschreibung und so zu achten jetzt mal ohne Scheiß weil ich finde die Entwicklung merkt man also ich merke das ich weiß nicht ob ihr es interessant findet im Nachhinein dass ich da schon merke okay ich habe mir mehr Mühe gegeben ich habe so gemerkt das kommt gut an die Leute finden die Sachen die ich schreibe witzig und dann habe ich mir halt einfach auch angefangen so ein bisschen Rechtschreibung und ein bisschen mal einen Absatz machen und mal drei, vier Mal zu überlegen wie ich einen Satz spreche, schreibe und so und deswegen ist es glaube ich wahrscheinlich ganz interessant dann die nächsten Jahre die dann durchzugehen wenn mich das interessiert beim nächsten Mal und dann gucken wir mal wie sich das da weiterentwickelt